Was ist die Spermien-Selektion-Mittel-Pixi? Bei der Spermien-Selektion-Mittel-Pixi verwendet wir Chaluronsäure, die natürlicherweise an der Zellenoberfläche vorkommt, um Unreife von Reifenspermien zu selektieren. Die Köpfe reifer Spermien tragen eine Rezeptor für Chaluronsäure. Unreife Spermien verfügen nicht über diesem Rezeptor. So können im Labor mittels Pixi und unten dem Mikroskop einzelne Reifenspermien für die nachfolgende Ixi ausgewählt werden. Pixi und Gypsy sind dringend empfohlen im folgenden Fall. Für Patienten, bei denen es keine oder geringere Befruchtung auch nach Ixi gab. Patienten mit niedriger Embryonenqualität, die nicht mit schlechter Eizellqualität verbunden, beziehungsweise wiederholte Fehlgeburt. Pixi und Gypsy Pixi und Gypsy Pixi und Gypsy Vielen Dank.